So, kommen wir zu den 5 schlechtesten Skins im Spiel. Kommen wir zu Platz 5. Linebacker Bull. Also ich finde, wie gesagt, die Idee eigentlich cool, aber ich feiere die Farbe nicht. Ja, genau Leute, da ist es viel besser erkennbar. Ihr seht es, die Waffe in der Hand. Kommen wir zu Platz 4. College-Studentin Ems, Leute, Platz 4. Ja, hätte man viel mehr machen können, wenn man ein Skin rausbringt. Ich habe das Gefühl, der Skin ist einfach nur schnell gemacht, dass sie überhaupt ein Skin hat. So, das ist der Original-Skin und das ist der Skin, der auf Platz 3 ist. Pinky Pie, Leute, es ist nur die Farbe. Leute, es ist nur die Farbe. Das war's, Digga, was ist das denn? Platz 2 ist Bo. Also ich persönlich feiere ihn nicht. Ho, 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 Bo ist cool. Aber Krieger-Bo, Leute, ich fühle den Skin nicht. Gefällt mir nicht. Er hat auch keine Animation in den Schüssen. Kommen wir zu den schlechtesten Skin in Brawlzers, Digga. GT-Max. Digga, wenn du ein Skin rausbringst, Digga, dann musst du den besser machen als den Default-Skin. Guck dir das mal an. Das Original sieht besser aus als der mit dem Skin.